Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Im Sommer hat man wirklich keine Lust irgendetwas zu kochen oder auch noch zu essen. Man möchte lieber Salate und leichte Sachen essen. Deswegen habe ich denn für euch so richtig leichte leckere Rezepte und Salatrezepte vorbereitet. Heute kommt ein leckeres Blumenkohl Bratlinge und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen ein Blumenkohl. Ihr könnt natürlich auch zwei Stück nehmen. Ich werde den Blumenkohl in Röschen teilen und in Salzwasser erstmal kochen. Den Blumenkohl habe ich jetzt gekocht, also nicht sehr weich. Dann werde ich das in Scheiben schneiden. Ich werde jetzt drei Eier mit ein bisschen Salz und 1 Esslöffel Mehl schlagen. Nun werde ich den Blumenkohl in Ei wälzen und dann frittieren. Nun werde ich den Blumenkohl in der Zutaten dafür geben. Glocken Zutaten dazu geben. Zutaten dazu geben. So, ich werde ich nicht noch auf dem Flaschen. Ich werde ich wirklich kontrollieren, das ist eigentlich sehr schön, aber es nicht sehr wichtig ist. Das wird dann mit Fladenbrot gegessen und dazu könnt ihr natürlich auch Tzatziki servieren. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Ich mache das sehr, sehr gerne Essen. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.